Yo Leute, heute gibt es ein etwas anderes Video. Heute werden wir in das Persönliche gehen. Heißt, wir reden heute über unsere Anfänge bei YouTube. Wir werden hier aus dem Nähkästchen plaudern. In welcher Fettnäpfchen wir getreten sind. Und was uns besonders schwer gefallen ist. Und die Betonung liegt auch auf wir. Denn ich habe heute eine Leiter als Gast hier mit dabei. Und ja, ich weiß, es wurde endlich mal Zeit, dass ich auch jemand Weibliches als Gast mitbringe. Und ich habe das tatsächlich geschafft. Ich habe heute die liebe Jenny dabei. Checkt sie auf alle Fälle ab. Der Link zu ihrem Kanal ist in der Videobeschreibung. Lasst uns nicht mehr lange rumschnacken. Lehnt euch zurück und genießt. Los geht's. Hallo, ich bin die Jenny Bean. Und erstmal danke an Meruem, dass ich bei diesem Video dabei sein darf. Das freut mich sehr. Und ja, wir wollten ja heute ein bisschen darüber reden, wie so unsere Anfänge mit YouTube waren. Und da muss ich erstmal zu sagen, dass ich noch nicht mal ein Jahr auf YouTube bin. Also ich habe meinen Kanal am... Okay, ich weiß das genau, Datum nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall im Juni 2020. Da habe ich meinen Kanal gestartet. Also vor sieben, acht Monaten. Sieben Monaten. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber ich finde, seitdem hat sich einfach schon mega viel auf meinem Kanal verändert. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Ich wollte einfach auf meinem Kanal über mein Hobby reden. Über das, was ich mag. Ich wollte einfach ich sein. Und hatte einfach mega Lust dazu, YouTube-Videos zu machen. Und ich hatte da auch noch nicht so richtig ein Konzept für meinen Kanal. Heißt, ich war gar nicht so darauf fokussiert, dass ich irgendwie Ani-Tuberin werde. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass es den Begriff gab damals. Ich hatte halt vor, Anime-Videos auf meinem Kanal zu machen. Koch-Videos. Aber auch Videos zu zum Beispiel Harry Potter. Also so, ich hatte ziemlich viel vor. Und ja, als mein erstes Video wollte ich ja einfach so ein bisschen die Anime-Vorurteile erzählen. Was es da so für Vorurteile gibt im Anime-Bereich. Weil ich mir dachte, mit so einem kontroversen Thema anzusteigen ist ganz gut, um viele Leute erstmal darauf aufmerksam zu machen auf mein Video. Das Lustige daran ist halt einfach, dass ich mein erstes Video total unprofessionell aufgenommen habe. Bedeutet, ich habe mir kein Skript geschrieben. Ich hatte Sachen, die ich sagen wollte, so ein bisschen im Kopf. Aber irgendwie jetzt auch nicht so richtig. Ich habe es vorher auch nicht so richtig geübt, das irgendwie vor der Kamera zu reden. Ich hatte absolut gar kein Equipment. Heißt, ich habe mit meinem Handy aufgenommen. Bild und Ton. Yay. Sehr professionell auf jeden Fall, alles mit meinem Handy aufzunehmen. Zumindest hatte ich ein Stativ, ja. Also, das hatte ich auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich hatte damals auch kein gutes Schneidprogramm. Heißt, ich habe meine Videos damals am Anfang einfach mit Windows Movie Maker geschnitten. Und ja, ich habe dann einfach in meinem ersten Video drauf losgeredet. Ich kann es mir bis heute nicht angucken, weil es mir so unangenehm und cringe ist, wie ich da einfach von mich hinstammel gefühlt, weil ich noch so unsicher wirke. Ich meine, das ist wahrscheinlich normal, aber ich wirkte halt sehr unsicher, glaube ich. Und, ähm, war dann natürlich umso überraschter, als das Video echt gut ankam und ich echt gute Kommentare da bekommen hatte. Das hat mich echt gefreut. Davor muss ich allerdings sagen, die Qualität von meinem Handy, von meiner Handykamera, also der Ton war jetzt nicht mega gut. Das heißt, ein Kumpel musste mir helfen, die Tonspur ein bisschen lauter und besser zu machen, weil ich keine Ahnung davon hatte. Das heißt, ich habe es nicht selber gemacht. Ich habe es ihm einfach geschickt, so, und er hat das gemacht. Wobei die Handykamera, also der Film, echt mega gut ist. Also, ich meine, guckt euch mal meine ersten Videos an. Die sind halt einfach mit dem Handy aufgenommen und haben trotzdem, finde ich, voll das Gute Wild. Also, ja, und dann ging es halt auch weiter. Ich weiß noch, Consumer hat dann auf mein erstes Video reagiert und ich dachte mir so, Gott, warum tust du das? Das ist so schrecklich, dass das geht doch nicht. Und, ähm, es hat dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommen und irgendwie ging das total viral. Ich, äh, weiß bis heute nicht warum, weil das ist kein gutes Video, aber hey. Und ja, dann habe ich auch ziemlich schnell auch ein Kochvideo gemacht, wo ich gemerkt habe, dass das ziemlich anstrengend ist, weswegen ich auch bis heute kein weiteres gemacht habe. Und ein Video zu Harry Potter, wo ich dann auch gemerkt habe, irgendwie zündet das nicht, so wie Anime. Und dann bin ich auch irgendwann komplett beim Anime-Content halt geblieben und bin auch zur AniTuberin geworden, wo ich dann irgendwann auch gecheckt habe, okay, es gibt AniTuber, es gibt diese Szene, nice. Aber trotzdem, ich glaube echt, meine ersten 10 Videos sogar habe ich wirklich, oder sogar mehr als 10, 15. Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos wirklich einfach mit dem Handy aufgenommen, ohne irgendwie zusätzliches Mikro oder so. Und dann immer, irgendwann hatte ich mir halt auch Magics dann endlich mal geholt, immer da halt den Ton besser gemacht. Und das ist halt echt krass, so die ersten Videos einfach mit dem Handy aufgenommen. Jo, warum nicht? Und als absoluter Anfänger mit jeglichen Programmen auf dem PC war Magics halt auch für mich nicht so einfach am Anfang. Das heißt, ich musste mich da echt reinfuchsen, um das, ja, einige Menschen da klar zu kommen auf diesem Programm. Und ja, wie gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, Anime zündet mehr, macht mir auch mehr Spaß. Dann habe ich die Harry Potter-Videos und alles andere weglassen. Und bin dann komplett AniTuberin geworden. Ich weiß nicht, erzählt mal, wie es bei euch war, die anfing. Habt ihr direkt, wenn ihr euch natürlich zeigt, ich bin ja jetzt eine der seltenen AniTuber, die sich irgendwie zeigt, habe ich das Gefühl, das machen ja nicht so viele. Habt ihr da auch mit dem Handy erstgefunden, aber war die direkt so voll professionell? Ich finde das irgendwie ganz witzig, dass das bei mir halt komplett unprofessionell, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, worüber ich rede. Komplett ohne Equipment oder Schneidprogramm, so Windows Movie Maker läuft. Ja, wie war das denn bei euch so? Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, obwohl meine ersten Videos jetzt professionell gesehen echt nicht so gut waren. Von wegen Tonbild, alles, Schneidfertigkeiten, was auch immer. Habe ich halt nur positives Feedback bekommen damals und das hat mich echt mega gefreut. Meine YouTube-Anfänge waren echt super. Ich habe super nette Leute direkt kennengelernt, hatte direkt Unterstützung. Das war einfach mega schön, so in die Szene reinzukommen, so gut reinzukommen, auch so gut aufgenommen zu werden. Das hat mich mega gefreut. Nur gutes Feedback bekommen. Ja, und obwohl ich halt so gestartet bin, wie ich gestartet bin, war das halt echt einfach schön. Und ja, ich würde eigentlich auch sagen, dass ich immer noch irgendwie in meinen Anfängen bin, weil ich bin noch nicht mal ein Jahr dabei. Deswegen, da kann auf jeden Fall noch viel kommen. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr coole Reise bis hierhin. Dann auf jeden Fall danke, dass ich bei diesem Video dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann freue ich mich, dass ich dabei war. Und tschüss. Bei mir ist es genauso. Mein YouTube-Kanal gibt es knapp einem Jahr. Um genau zu sein, am 22. März ist es ein Jahr. Also knapp in einem Monat. Trotz dieser kurzen Zeit gibt es einige Punkte, die man anschauen kann. Also bei mir war ganz klar, dass ich über Hunter Hunter rede. Das war so sicher wie der morgige Sonnenaufgang. Um das von wegzunehmen, ich hatte keine, wirklich keine Ahnung von Videoschnitt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Video gedreht. Und wie YouTube als Kanal so wirklich funktioniert, hatte ich auch keine Ahnung. Aber ich habe schon geguckt, dass ich ein gutes Equipment habe. Also ich habe mir ein Videoschnittprogramm geholt, wo man auch zahlen musste. Und ein Mikrofon, das schon eine gewisse Qualität aufweist. Ich war so froh, dass das Videoschnittprogramm auch eine deutsche Oberfläche hatte. Das hat es wirklich vereinfacht und es ist auch von der Oberfläche sehr einfach. Das kam mir sehr entgegen. Aber ja, klar, am Anfang weiß man halt wirklich nicht, wie das funktioniert. Und wenn du das erste Mal das machst, probierst du einfach aus, was für Effekte gibt es und so weiter. Da habe ich einfach geübt, geübt, geübt und probiert. Da gibt es nichts anderes, denn nur so lernt man es halt am besten. Aber Leute, es war so schrecklich, denn ich habe vieles nicht gemacht. Ich habe meine Audio nicht geschnitten. Also dementsprechend klang es ziemlich scheiße und es gab halt viele Lücken drin. Und ich hatte noch ein zweites Problem, denn ich hatte in meinem Zimmer so halt riesen Fenster, die direkt rausführen. Und durch das viele Glas hat es extrem gehalten und das klang einfach wirklich scheiße. Wirklich scheiße. Nach langem Diskutieren habe ich es aber geschafft, mein Zimmer wetzen zu können. Und seitdem her klingt es auch wirklich wieder gut, also kein Hall mehr. Und mittlerweile schneide ich ja auch mein Audio in einem Audioprogramm. Das waren für mich so einige Dinge, die ich richtig verkackt habe. Aber ich habe es halt nicht besser gewusst. Wenn man so nachhinein das anguckt und das erzählt, dann muss ich einfach nur lachen und dachte, ey, wie dumm konnte ich sein? Warum habe ich das so gemacht, Alter? Und das andere, wo ich jetzt persönlich sagen muss, was mir wirklich am ganzen, am schwersten fiel, war die Aufnahme. Denn ihr müsst verstehen, ich hatte noch nie ein Mikro. Und als ich anfing halt, die Aufnahme zu machen, ich kam mir so dumm vor. Es war ein ganz komisches Gefühl. Ich kann das gar nicht erklären. Wenn man das einfach das erste Mal macht, man fühlt sich einfach ultra komisch. Und am Anfang bist du einfach nervös, Alter. Und da ich ja sowieso normalerweise nicht Hochdeutsch rede, war dieser Akt für mich das schwierigste, denn ich hatte mein Skript. Ich wusste, was ich sagen will, aber in meinem Kopf halt in meiner Sprache. Das heißt, ich musste das, was ich sagen will, ins Deutsche wechseln. Dann kam halt noch die Nervösität mit dem Mikro zum Zug. Das heißt, was ich sagen wollte, musste ich ins Deutsche umwandeln. Und da war natürlich auch noch die Nervösität und dieses komische Gefühl mit dem Mikro. Und ja, das hat mich sehr gekillt. Klar, ich habe einen Akzent. Aber durch diese ganzen Umstände mit dem Mikro und dies, das, war dieser Akzent noch viel stärker. Und das könnt ihr euch nicht geben. Das könnt ihr euch nicht geben. Aber auch hier ging das dann alles dann mit der Übung besser. Das sind so meine YouTube-Marken gewesen. Ich dachte nur am Anfang, ey Meruem, warum hast du mit YouTube angefangen? Warum hast du mit YouTube angefangen? Ich kriege relativ viel auch die Frage, wie lange ich an einem Video habe. Na klar, am Anfang hat man halt ultra lange gehabt, weil du noch nicht weißt, wie du das effizient umsetzen kannst und alles ausprobieren musst. Aber wenn ich jetzt von einem Durchschnittsvideo rede, zwischen 5 und 10 Minuten und ich mir wirklich Mühe gebe, wie gesagt, Thumbnail, Aufnahme, Schnitt, einfach alles, würde ich sagen 6 bis 8 Stunden. Selbst ein 3 Minuten Video kann relativ lange gehen, wenn da halt viele Details vorhanden sind. Oder auch ein Power Level. Es kommt halt immer darauf an, wie aufwendig das Video ist. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, wie lange man an einem Video hat, denn am Ende muss einfach die Qualität stimmen. Um euch hier ein bildliches Beispiel zu nennen, einen kleinen Vergleich, das ist jetzt hier ein altes Video, ein sehr altes Video. Ähm, guckt euch diese Thumbnail mal an. Alter, was habe ich da gemacht? Eigentlich ist das ein normales Bild, fertig und dann einfach auch die Schrift, kein, kein Farbübergang, gar nichts. Also, fuck. Nee, habe ich das gemacht? Schrecklich, schrecklich. Ja, klar, am Anfang probiert man halt aus, aber es ist halt auch irgendwie schön, wenn man die alten halt noch hat und guckt, ob es jetzt die Aufnahme ist oder generell, wie man halt seine Bilder designt hat, dann sieht man einfach den Vergleich und sieht halt doch, ah, okay, man hat sich entwickelt. Das ist eigentlich das Schöne daran, das ist eigentlich wirklich das Neiste daran, aber wenn ich es jetzt so angucke, das Bild, meine Güte, es würde mich wirklich erstaunen, wenn hier jemand draufklicken würde. Also, ja, sagt, sagt ihr es mir, wie dazu steht, aber, ja, und hier die Beschreibung, ich sehe jetzt einfach von mit Text vollgemülpt, keine Übersicht, gar nichts, äh, also, auch in keiner Playliste, also, ah, nee, das geht doch nicht, das geht einfach nicht. Ah, so, das ist wirklich ein altes Video, gucken wir uns mal ein neues Video an, hier seht ihr direkt, die Beschreibung ist doch viel übersichtlicher, alles auch schön abgetrennt, sieht einfach viel professioneller aus, und, also, mir persönlich gefällt das viel besser, und, wenn wir hier auch das Thumbnail gucken, klar, man kann es immer besser machen, man entwickelt sich ja auch ständig, aber man sieht, glaube ich, hier schon, einen kleinen, kleinen Unterschied, einen kleinen Unterschied auf alle Fälle. Danke, Jenny, dass du mit dabei warst, nicht vergessen, checkt ihren Kanal ab, dies war jetzt mal eine andere Art von Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine gute Bewertung da, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn es wieder heisst, ein neues Hunter x Hunter Video zu bringen, hier auf diesem Kanal. Haut rein, Leute, euer Meruemboy.